Herzlich Willkommen zur neuen Aufnahme von Let's Play Assassin's Creed. Ich bin Back on the Roots of Damaskus und mit mir alter ihr natürlich. Und wir sind hier übrigens in unserem Büro und klettern da jetzt einfach mal oben raus. So, ich guck mal eben auf die Map, was wir machen können. Ich glaub wir machen einfach mal die Aussichtspunkte. In welcher Richtung ist das denn? Ich denke wir gehen über die Dächer, weil das ist einfach am einfachsten. Das ist einfach am einfachsten. Wo ist denn der da? Der ist das glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt muss ich von Schauen leben. Los ey, bei dich man! So ja, in der letzten Aufnahme hat man mich ja leider nicht so gut gehört. Das hab ich ein bisschen verkackt, weil das Mikro nicht vernünftig eingestellt war. Und ja, aber ich hoffe das ist jetzt besser. Man hört mich besser. Ich hab auch den System-Sound ein bisschen runter gedreht. Also, ich hoffe es klappt besser jetzt. So, und hoch da. Und synchronisiert. Ding. E. Und synchronisiert. So. Dann haben wir ja jetzt... Oh. Von hier kann man das ja echt extrem gut sehen. Dann haben wir ja jetzt diese zwei, die wir da brauchten. Für hier oben. Oh. What the fuck. Belauschen. Ach so, das ist was anderes. Na ja. Äh, egal. Äh, erstmal runter. Dann haben wir direkt den nächsten Aussichtspunkt. Weil der ist ja hier direkt. Das ist, denke ich, dann am einfachsten. Ähm. Wovor fliegt er nur? Entschuldigung, mein Herr. So, los, Alter, ihr könnt uns auch leichter machen und die Leiter nehmen. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, nicht wahr? Das ist gar nicht, ob wir da jetzt von hier so gut da dran kommen. Ich glaube, wir kommen da gar nicht dran. Oh, wir sind auch in der falschen Richtung, nicht ganz intelligenter. Ach ja. Dummheit sollte bestraft werden. Ja, nein. Oh, fuck. Ich brauche alle Synchronität, die ich kriegen kann, wenn ich diesen Bürger retten will. Wo ist denn der Bürger? Wo ist denn der Cheeseburger, den ich retten soll? Ich weiß echt nicht, wo das ist. Das ist auf jeden Fall eine Frau, das hat man gehört. Oh. Eine Assassin oder König Köcher. Eine Sarazinenflagge. Wie viele von den scheiß Flaggen gibt es eigentlich? Was? Also in denen hier werden wir gleich... Oh, ho. Hab ich das Schwert ausgewählt? Komm. Halt euch bitte ein. Ihr tut mir weh. Oh, Entschuldigung. Ich muss gerade nicht mal gucken, ob es reißen würde. Ich werde jetzt probieren, so dran zu denken. Jetzt aber erstmal... Ja. 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 Nein, ich bin kein Wache! Wo versteckt du dich? Wenn du es da bist. Komm, kletter einfach. Kletter um dein Leben, Alter! Ich geh nach hier, kletter mir keine Wache nach. Mit gezogener Waffe. Also, das hätte ich geschafft. Also, zumindest, in der Sicherheit. Danke, dass du den Weg auf hast. Das war schon mal Atme-Grenzen. So, die kollidieren. Hi, so. Ja, ja. Was haben wir jetzt geschafft heute? Eifel-Mühen, Aussichtspunkte. Ich hoffe, dass der Auskunft geklettert wird. Gut, dann wird sie dann wieder zurückgedrückt. Die auf den Kleinen. Ich muss noch die Legende. Ah, ein Zeichen. Ah, Anzeichen. Versteck. Ach so. Ach so. Okay, das ist ja praktisch. Wer hat mich wirklich geschafft, mir zu entkommen? Ja, das war schon so. Ich bin gut. Da drüben muss noch in Aus-Istpunkt. Ich glaube, ich mach einfach mal hier in der Aufnahme. Vorsicht, wenn ich nicht will. Ich weiß. Ja, wir kommen gerade daran vorbei, dass wir mal schütteln können. Alter, ihr! Ich brauche eure Hilfe. Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen und nun verfolgen sie mich. Bitte beschützt mich und ich werde mit euch teilen. Ja, teile mit uns. Aber dafür müssen wir ihn beschützen. Wo willst du denn drüber hin? Da oben ist übrigens der Aussichtpunkt, wo ich gleich hin möchte. Okay. Die. Es sind nicht die, die ihn verfolgen. Ich sehe gerade voll wenig. Ich gucke, dann kann ich die Helligkeit höher machen. Na, geht doch. So, das ist doch schön, viel schön. So, also die Wachen sind nicht die, die ihn verfolgen offensichtlich. Ah, da ist es jetzt aus, als wäre es eben. Dieser komische Typ, den ich auf den Stadt genau zugehe. Oh, also es ist doch eine Wache. Helft mir, Alter, hier! Du bist hier, 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 du bist hier. Und, Alter! wishes hier. Warte! очкаuk! okay, wir sind hier, du bist 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 hier, du hast." Wer hat das getan? Ich muss neben den kommen und dann untertacken. Ja, ja, da vorne hat ein Pfeil übrigens. Keine Ahnung, was... Was heißt? Was bedeutet dieser Pfeil? Sind wir dann angekommen? Tja, ich stoß als untergetauchter gegen die und die Frieden voll weg. Leicht unrealistisch. Jetzt sind wir in Sicherheit. Von nun an schaffe ich es alleine. Nehmt dies. Hoffentlich hilft es euch bei eurer Mission. Es scheint eine Einladung zu sein. Tschüss. Wir sehen uns. Spoiler. Tamir befindet sich im Zoo. Okay. Äh, wo war denn jetzt noch raus? Auf jeden Fall von hier. Wollt jemand helfen? Das kostet dich den Kopf. Oh, hua. Das kann doch nicht sein, oder? Jetzt krieg ich da lang, ganz normal. Und dann greift der mich an. Das ist ja scheiße. Alter, hat der mich da gerade mit dem Pfeil abgeschossen? Was ist das denn für ein Pfeiler? Oh, Alter, ich habe ihn gelegt. Oh, ich habe ihn gelegt. Ich habe ihn gelegt. Ich habe ihn gelegt. Das ist nicht gut, denn. Oh, du bist! Oh, du bist ein Pfeiler. Ich habe ihn gelegt, ja. Oh, du bist ein Pfeil abgeschossen. die Wache runter verpackt er lieber besser und besser und bis jetzt sind der Grund das war so sehr gut das ist das gelaufen ich habe keinen Bock drauf